Jeder von ihnen träumte davon, ein Star zu werden. Er im Baseball und sie im Showbusiness. Beide waren auf dem Weg zum Ruhm, als sie sich zum ersten Mal begegneten. Die Frau des Profis, was als zärtliche Romanze begann, gipfelt in einem Powerplay voll atemberaubender Dramatik und explosiver Action. Michael O'Keefe und Rebecca de Mornay. Zwei Wildstars in einem Film, der unter die Haut geht und ihnen unvergesslich bleiben wird. Die Frau des Profis.